Und woher kommen Sie? Aus der Gegend. Zurück, um Ihrer Gemeinde zu dienen. Ich danke Ihnen für die Chance. Allerdings fordere ich Disziplin. Ich erwarte Respekt. Reden Sie nicht mit den Ärzten. Ja, Schwester. Das wird erstmal ein Probelauf. Wir müssen fast alle Patienten verlegen. Ich brauche noch jemanden für die Nacht. Sie machen das. Die Dunkelschicht? Haben Sie Angst im Dunkeln? Ein Ort, an dem Menschen sterben, sollte niemals so dunkel sein dürfen. Ich liebe Nachtschächten. Man kann machen, was man will. Ist bloß ein bisschen finster. Was ist das für ein komischer Geruch? Es riecht verbrannt oder sowas. Hast du für irgendwas Angst? Wer war das? Irgendwas hat mich im Keller verfolgt. Als ich geguckt habe, war keiner da. Denkst du dir das nur aus? Ich denke mir das nicht aus. Babs! Krankenschwestern zeigen keine Schwäche. Bringen Opfer. Wie viel sind Sie bereit zu geben? Wer ist das? Gail. Was will sie von dir? Da! Da! Hör mir zu! Heiliger Schutzengel mein. In allen Nöten steh mir bei. Und halte mich vom Sünden frei. Bitte tu mir nichts! dès! Nöten! Wen MARCUS! Hallo? Hallo?